Bhagavad Gita, Vers 2.23 Die Seele kann von keiner Waffe in Stücke geschnitten, noch kann sie von Feuer verbrannt, von Wasser benetzt oder vom Wind verdorrt werden. Erklärung Alle Arten von Waffen, Schwertern, Flammen, Regenfälle, Wirbelstürme usw. sind nicht imstande, die Seele zu vernichten. Es scheint, dass es damals außer den modernen Feuerwaffen noch viele andere Arten von Waffen gab, die aus Erde, Wasser, Luft, Äther usw. bestanden. Selbst die Atomwaffen des heutigen Zeitalters werden zu den Feuerwaffen gezählt. In früheren Zeiten gab es andere Waffen, bei denen man sich der verschiedenen materiellen Elemente bediente. Feuerwaffen z.B. bekämpfte man mit Wasserwaffen, die der modernen Wissenschaft unbekannt sind. Auch besitzen moderne Wissenschaftler kein Wissen über Wirbelsturmwaffen. Nichtsdestoweniger kann die Seele ungeachtet wissenschaftlicher Erfindungen niemals in Stücke geschnitten oder durch irgendwelche Waffen vernichtet werden. Auch war es niemals möglich, die individuellen Seelen von der ursprünglichen Seele abzutrennen. Die Mayavadis können nicht beschreiben, wie die individuelle Seele aus der ursprünglichen Seele hervorging und folglich durch die illusionierende Energie bedeckt wurde. Weil die Lebewesen auf ewig, sanatena, winzige individuelle Seelen sind, neigen sie dazu, von der illusionierenden Energie bedeckt zu werden und entfernen sich somit aus der Umgebung des Herrn. Sie ähneln den Funken des Feuers, die, obwohl sie der Qualität noch mit dem Feuer ein sind, verlöschen, wenn sie das Feuer verlassen. Im Varaha Purana werden die Lebewesen als abgesonderte Bestandteile des Höchsten beschrieben. Sie sind es auf ewige Zeiten, wie auch von der Bhagavad-Gita bestätigt wird. Wie aus den Lehren des Herrn zu Arjuna ersichtlich ist, bleibt das Lebewesen also, selbst nachdem es von der Illusion befreit ist, eine individuelle Persönlichkeit. Arjuna wurde durch das Wissen, das er von Krishna empfing, zwar befreit, aber er wurde niemals eins mit Krishna.